Eil-Meldung und zwar wer mir auf Instagram oder auf Facebook folgt, der hat es bereits schon mitbekommen und zwar oder gesehen sogar und zwar der RBB, der Rundfunk Berlin Brandenburg war bei mir im Garten, hat einen Beitrag über meine Arbeit, über mich gemacht, über die Mädels so ein bisschen. Ja und dieser Beitrag ist wirklich echt, echt klasse geworden und ich möchte ihn euch nicht wirklich vorenthalten, deswegen dieses kleine kurze Video bis Dienstag oder Mittwoch ist er glaube ich noch online, Link ist unter dem Video, also schnell geschaut, geht nur 3 Minuten 30 glaube ich oder 3 Minuten 35, irgendwo neben dem Dreh, also keine 4 Minuten schnell mal geguckt, wer ihn gucken möchte. Ja, das war es eigentlich schon. Ciao, ciao!